Und wir sind auch schon in dem letzten Spiel der Liga, letzte Saison, letzte Spiel und wir haben den 1860 München, den Meister, den Überraschungsmeister gegen den, jetzt greife ich an, jetzt greife ich an, jetzt greife ich an, jetzt greife ich an hier, Kladbach, oh, da steht das mit 2-0 für den Meister, kann München Kladbach? Noch was reißen und da kommt das 2-1, ja, sie könnten zurückkommen, alles ist auch möglich, sie kennen den ABE Supercup, der ist auch immer sehr spannend, jeder freut sich immer den zu sehen, Ja! 3 zu 2! Unglaublich! Ja! 3 zu 2 unglaublich! Wir haben eine zweite neue Spielung abgeholt! Unglaublich! Ist das jetzt wirklich noch? Ist das klar? Noch 10 Minuten! 3, 2, 1, 1, 1, 1! Unglaublich, unglaublich, sie bringen es echt zurück, sie drehen das Spiel, unglaublich, von einem 2 zu 0, einem 2 zu 3, es ist der Wahnsinn, was in dieser Liga alles passiert ist, auch die Bayern so unglücklich und die 60er auch, es ist der Wahnsinn, die Münchner hatten einfach nicht Glück dieses Jahr, alle scheiße, die Bayern, nicht geraubt heute, scheiße, kacke, ihr seid wichser, ja und sie, Herr Knie, was haben sie gewonnen diese Saison, also mein Name ist Knie, Viola erstmal, ja nicht, wir